Hallo, hier ist Ronja und zusammen mit der Easy spielen wir heute Baumhaus-Simulator und bauen unser eigenes riesiges Baumhaus. Okay, hier oben zum Beispiel kann man hochfliegen in... Oh, das ist der Shop? Okay, weil hier kann man nicht nur Baumhäuser bauen, sondern auch noch Bienen fangen. Richtig. Du bist der Profi in dem Spiel, Easy, deswegen vertraue ich dir voll auf deinen... Hier ist der Bienenverkäufer. Hier kannst du dir neue Bienen kaufen. Oh, ich habe noch nicht genug Capture Points. Oh, nein. Ich habe mir noch keine Biene. Ich habe ja noch gar keine gefangen. Okay, kein Problem. Kann ja nicht so schwer sein. Ich gehe mal auf die Suche. Wo findet man am besten Bienen? Auf der Wiese? Oh, da ist eine. Da ist eine. Ich schnappe sie mir. Das ist unmöglich. Das ist nicht machbar, diese Biene zu fangen. Es geht einfach nicht. Doch, hab sie. Yes! Nicht einfach, aber machbar. Was bringt dir deine Biene? Damit kann ich schneller laufen. Oh, okay. Aber wo ist denn dein... Ah, ich bin bei deinem Grundstück. Wir müssen mal anfangen, das Ding zu bauen, das Bauhaus. Absolut. Okay, ja, stimmt. Sonst kann man heute Nacht nichts, wo wir schlafen können. Das wäre nicht gut. Ich habe hier schon meinen Steingenerator aktiviert vorhin. Das heißt, hier wird schon 150 Dollar. Ja, ja. Gibt's ja gar nicht. Okay, hier gibt's Kupfer. Oh mein Gott, nein! Ich werde... Ah, verkaufen! Nein! Ich will dich nicht verkaufen! Du hast aber noch einen hingestellt. Ja. Wie nice. Okay, dann gibt's hier... Was ist das? Damit kann ich die Farbe ändern. Das ist mir voll egal. Ähm, was bringt mir denn hier aktiv was? Upgrader. Upgrader klingt gut. Kannst du die teurer verkaufen. Iron Dropper. Warte, ich habe hier sogar noch Cash. Zack, nehme ich. Dann nehme ich noch Eisen mit. Wofür brauche ich eigentlich die ganzen Sachen? Brauche ich für ein Baumhaus wirklich Eisen und Kupfer? Ich dachte, das baut man aus Holz. Was haben wir hier? Noch einen Zaun für Einbrecherabwehr. Oh Mann! Damit hier keiner was klauen kann. Sieht gut aus. Danke. Und hier kannst du diese Sicherheitsstür kaufen. Oh, warte, die kann ich ja nicht. Ich kaufe mir jetzt erstmal eine Leiter, damit wir hoch können. Ja, und hier geht's nämlich zum Baumhaus nachher. Oh, okay. Los, baus! Ja, Moment, ich brauche Geld. Meine Steine müssen sich schlechter verkaufen. Gar nicht. Hast du das als Kind gemacht? Bist du so von Haus zu Haus gegangen und hast Sachen verkauft? Nee, das habe ich eigentlich nicht. Hast du das gemacht? Geh mal ein paar Bienen fangen. Ehrlich nicht? Ich dachte, das wäre voll das Ding. Dass man einfach Sachen nimmt, die es eigentlich umsonst gibt. Und dann geht man von Tür zu Tür und ist so, hey, wollt ihr uns das für 50 Cent abkaufen? Und wir hatten viele alte Leute in der Nachbarschaft, deswegen haben die das gemacht. Ja, ja. Das ist echt eine gute Geschäftsidee, Ronja. Ja, hab dann an einem Tag oder so 20 Cent verdient. Also weiß ich nicht, wie gut die Geschäftsidee war, aber... Ich musste Unkraut sammeln. Oh. Ich musste Unkraut sammeln und für einen vollen Eimer Unkraut habe ich 10 Cent bekommen. Okay, das wirkt gar nicht so gut. Nee, das war kein guter Tier. Das wirkt nicht so, Value. Da muss ich sagen, da habe ich lieber selbst gepflückte Blumen oder sowas verkauft. Oh, das ist aber echt eine schöne Idee. Ja, bin hier voll am Treehouse upgraden. Hier geht es schon hoch, ich habe schon Treppen. Zack, zack, zack. Hier, Pflanzendekoration. Ich bin beeindruckt. Danke. Danke. Okay, was haben wir hier? Noch eine Plattform. Oh, Mann. Oh, da kann ich noch mehr Steine sagen. Oh, hier gibt es Gold, Silber, noch einen Zaun, Emeralds. Wow. Oh, oh, oh. Ich glaube, hier mache ich das große Geld mit. Du musst mir unbedingt mal deinen Baum auszeigen, was du schon hast. Okay. Ich bin super neugierig. Warte, ich baue kurze Silber. Ich glaube, ich muss noch eine Sache anbauen, bevor ich dir das sage. Ich muss noch eine Sache anbauen. Oh, eine pinke Biene. Okay, aber dann gehe ich nämlich auch kurz raus. Fang einfach Biene. Hier ist eine Biene. Oh, du bist ahnungslos. Hab sie. Hier ist die nächste. Mein weiteres Opfer. So, zack. Nächste. Wieso kann ich die pinke Biene nicht fangen? Lass dich fangen. Bieniges Tier. Hab sie. Okay. Die war ein schwieriger Fang. Hi. Ja, ich kann auch reinkommen. Du hast gar keine Tiere. Oder? Okay, ich zeige es dir, ja? Hier siehst du das mit dem Quad. 25.000. Das habe ich noch nicht. Ich habe jetzt 8.000. Oh, warte, warte. Du hast den ganzen Untergrund. Darf ich kurz deinen Untergrund angucken? Ja, na klar. Du kannst dir da sogar ein Schwert holen. Und zwar den. Oh mein Gott. Au. Entschuldigung, ich habe nicht mal geschlagen. Oh mein Gott, da frage ich noch. Darf ich mir deinen Untergrund angucken? Ja, natürlich. Geh einfach rein. Schau es dir an. Ach, warte. Du bist tot. Frechheit. Angelogen. Ich dachte, wir wären Freunde. Ich habe so ein Schiss. Ich dachte, wir wären Freunde. Und dann kommt sowas. Dann musst du halt deine eigene Frau. Dann wird man einsam heimtückisch. Mann, Ronja, es tut mir doch leid. Verraten. Ja. Es tut mir wirklich leid. Mhm. Würde ich jetzt auch sagen. Das ist pure Absicht gewesen. Ich mache mich nochmal auf den Weg zu dir. Hallo. Bist du da? Ich bin mir hier. Ah, willkommen, willkommen. Hier in meinem kleinen Baumhaus. Komm mal mit. Ich führe dich mal rum, ja? Mhm. Also, hier vorne kann ich meine Farbe ändern. Okay. Von Baumhaus. Kann beispielsweise zwischen Nougat und, ähm, ich weiß nicht, was wählen. Darf ich hoch oder werde ich da auch? Du darfst gerne hoch. Okay. Ich frage nur. Sicherheitsgründe. Entschuldigung, ich habe hier nochmal so ein Schwert. Du hast so eine Plattform. Du hast eine eigene Sprungplattform. Ja. Oh, was ist das Grüne? Ah, das sind Smaragde. Oh, wie cool. Jetzt komm ich hoch. Ah, jetzt. Bist du oben? Ja, warte. Naja. Hier geht es rein. Hier ist ein Innenbereich meines Baumhauses. Okay. Ein Innenbereich. Na gut. Genau. Hier mit einem Schlafzimmer. Oh mein Gott, das ist ja riesig. Das ist ja wie ein Hotel hier bei dir. Mit einem Badezimmer. Ja, das ist schön. Ich habe gar keine Lust mehr auf mein eigenes. Ich ziehe in dein Baumhaus. Was? Das Badezimmer ist ja riesig. Dein Badezimmer ist größer als mein Baumhaus. Okay, warte. Wo ist der? Genau, dann kannst du eine Etage nach oben kommen. Okay, ja. Warte, ich kletter die Treppen hoch. Oh, du hast Trophäen. Edel. Ja. Okay, was haben wir hier? Genau, und hier kannst du quasi so hoch. Nein. Ja. Hör auf. Und hier ist... Was? Wie? Oh. Warte. Hier oben ist dein Fitnessstudio. Kannst du hier reinkaufen? Ja, hier kann ich mir ein Fitnessstudio aufbauen, richtig. Oh mein Gott. Ich habe es noch nicht gemacht, weil ich es nicht brauche. Weil ich keinen Sport mache. Ich habe es einfach nicht nötig. Nee. Oh mein Gott. Ich liebe die Seilbahn. Ich will auch eine Seilbahn. Ich bin so neidisch. Es gibt noch mehr Seilbahnen, glaube ich. Ja? Ja, ja. Das ist ja fantastisch. Oh, warte. Hier ist irgendwo so ein kleiner Pool. Du kannst, glaube ich, von hier... Ja, stimmt. Hier von der Etage. Ah, nee. Du kannst aufs Dach. Hier von der, ähm... Komm mal zu mir am besten. Okay, mittlere Etage oder wo warst du? Ja, da wo der Innenbereich war. Ah, ich sehe dich, ja. Ja. Und dann hier geht es zu meinem fliegenden Pool. Ach so, natürlich. Ja, klar. Natürlich. Ist sicher. Ich habe auch einen fliegenden Pool bei mir zu Hause. Ich bin nicht beeindruckt oder irgendwas. Was? Da, den fliegenden Pool. Und mit einer Seilbahn. Guck mal, überleg mal. Es ist Sommer und du bist in deinem Pool und dann bist du nass. Und dann scheint die Sonne und du fährst einfach mit der Seilbahn und trocknest komplett. Überleg mal. Und das alles nur, indem du Steine verkauft hast. Ja. Das ist die einzige Moral von der Geschichte. Oh, ich bin so traurig. Ich meine, es ist gar nicht so hübsch. Aber das ist okay. Jeder fängt mein Kleinen an. Das wird es noch, Ronja. Das wird es noch. Ich habe jetzt gesehen, was es werden kann. Und bin äußerst motiviert, ja? Hier. Ich brauche nur ein paar Smaragde. Ich denke, die waren bei dir sehr hilfreich. Hier, Upgrader. Bam, badam. Was haben wir noch? Zaun. Ja, meinetwegen auch noch ein Zaun. Dann hier, andere Plattform. Zack. Das ist eigentlich gar nicht schlecht, weil dadurch, dass ich es mir angeguckt habe bei dir, hat sich ein bisschen Geld angesammelt. Und dann kann ich mir sogar was weißen. Vor allem, du weißt, was du brauchst. Und ich weiß, was ich brauche. Ja, absolut. Und was du vielleicht nicht willst. Die Seilbahn brauche ich nämlich. Also, ich hole mir jetzt auf jeden Fall mal das Fitnessstudio. Weißt du, es wird Sommer. Ja, klar. Okay, ich habe. Ähm, Problem ist, ich stecke in den Handeln fest. Ja, also, ich habe ja auch ein Fitnessstudio. Ähm, das passiert mir ständig. Ähm, wie kommt es, dass du den Handeln feststeckst? Ist das ein generelles Ding für dich? Oder? Ich habe den Kopf dazwischen, äh, da durchgefogen. Ja, verstehe, verstehe. Oh, mein Gott. Ein Kamin. Hast du einen Kamin? Ähm, ich habe noch keinen. Nein, ich habe jetzt einen Kamin. Ja. Wow. Ah. Dann muss ich mir jetzt auch einen Kamin holen. Ja, ich habe sogar einen echt schicken Kamin. Oh, ich will aber kein Klavier kaufen, das ist mir zu teuer. Ich bin ja hier nicht, ne? Wo hast du den Kamin gekauft? Äh, in der ersten Plattform, wenn du rechts hoch gehst. Oh, ich kann mir einen Jumpy Pad kaufen. Ah, da, doch, da habe ich auch einen Kamin. Aha, okay. Wie weit ist dein Baumhaus? Äh. Äh. Geht. Es ist da, auf jeden Fall. Die Plattformen sind errichtet. Ich habe jetzt noch nicht so viel Interieur. Aber. Ich bin mir sicher, äh, in Kürze. Ich habe jetzt ja hier wieder 3000 Geld angesammelt. Ja. Es geht ja immer relativ schnell sogar. So, zack, 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 zack. Dann kann ich mir nämlich, Achtung, hier noch ein bisschen ein paar Etagen kaufen. Hier, das habe ich eingerichtet. Ja. Das habe ich gemacht. Ähm, was möchte ich hier? Framework. Ja. Ja, stimmt, du kannst jetzt ein neues Haus kaufen. Oh ja, ich baue jetzt das Hotel. Dach. Ja. Ja, 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 ja. Teppich. Innere Wände. Türen. Zack. Guck mal, wie viele Räume ich jetzt habe. Das ging echt schnell. Hier. Teppich. Ja, ja, ich habe ja Geld. Hier, jetzt kann ich hier schlafen in meinem Baumhaus. Und jetzt kann ich auch hier Teppich machen. Noch ein Bett. Uh. Hä? Überleg mal. Es gäbe einfach wirklich so ein Hotel. Ich bin hier nicht dein Concierge. Ich bin, ich lebe hier. Das ist kein Hotel. Das ist ein Hotel. Du hast selber gesagt, das ist ein Hotel. Ich hätte gerne ein Hotel, habe ich gesagt. Aber es ist keins. Oh. Das ist aber jetzt wirklich. Ich weiß, es ist enttäuschend. Aber leider kann man da nichts machen. Okay, was habe ich noch? Prostrieren. Hanging Pool Plattform. Zipline. Nein, das sollst du dir nicht wirklich. Ja, selbstverständlich. Alter, ist hier halt noch kein Wasser. Ich könnte Wasser kaufen für 1500. Ich habe jetzt nicht direkt 1500. Ich habe 70. Gibt es auch Upgrades, die man kaufen kann, zu droppern? Ähm, oben? Ja. Ja? Nee, hier ist aber nichts. Du hattest noch was anderes. Du hattest hier noch so eine extra Maschine stehen. Wo kam die her? Wieso habe ich die nicht? Ja, die kannst du auch kaufen. Nee. Doch. Oh, ich habe es. Ja. Yes. Alles gut. Oh mein Gott, das kostet 28.000. 28.000? Verstehe. Ich will jetzt nicht pessimistisch klingen, aber ich habe nicht direkt 28.000. Mehr so 800. Aber ich würde sagen, ist relativ nah dran. Ich kann mir immerhin hier einen Fernseher kaufen. Das lohnt sich. Okay. Ich glaube, vielleicht kann ich mir eine Biene kaufen. Ich gehe mal in den B-Shop. Ja, stimmt. Hallo, Mr. B. Oh, hier ist mein Feind. Hier ist Swagpup. Den töt ich kurz. Ha. Ja. Hast du ihn? Also, selbstverständlich. Wow. Selber schuld. Wenn er sich mit mir anlegt, ja? Dann kann ich da auch nichts für. Ich habe mich doch auch mit dir angelegt. Ich habe mich auch getötet. Ja. Alter, Swagpup greift mich an. Jetzt hat Swagpup mich getötet. Nein. 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 Ey. Oh. Schade. Wie traurig. Meine Biene fliegt gar nicht neben mir her. Kann ich das machen? Ah doch, hier. Wie cool. Jetzt kann ich höher hüpfen. Das ist schön. Oh, ich kann mir einen Jacuzzi kaufen. Du kannst den Jacuzzi... Okay, ich muss noch einmal bei dir vorbeischauen. Okay, ich bin bei dir. Warte, ich zeige in dir, okay? Ich bin unter dir. Ich bin unter dir. Ah, okay. Warte, wir müssen weiter nach oben. Du hast eine schöne Biene übrigens. Danke. Jetzt müssen wir hier hoch. Okay, ja. Genau. Dann musst du hier auf diese einmal raufstricken. Diese Jumping-Plattform. Verstehe, ja. Und da sind wir. Oh mein Gott. Okay, ich bleib hier. Ich gehe nie wieder in meinen Baumhaus zurück. Ich bin jetzt offiziell eingezogen. Das war's für diese Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch da. Und falls ihr gerne Videos schaut, dann abonniert doch gerne auch meinen und Isis Kanal. Dann verpasst ihr keine neuen Videos, ja? Yeah. Das ist ja ein Plus für alle Beteiligten. Okay, dann macht's gut. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.